Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9 und auf geht's in den Schokobowald. Die anderen Schokobowälder und sonstige Sachen kann man, äh, Mene ist wohl nicht da. Ja, also die anderen, äh, Schokobow-Sachen, die, äh, findet man mit den bestimmten Schokobows, wie zum Beispiel diesen Fluss-Schokobow, Mene ist wohl nicht da. Doch, da ist er. Wie gesagt, gerade verreist und was ist denn, was ist das denn für ein Schokobow? Was hast du mit Schoko gemacht? Ich verstehe eigentlich auch nicht, aber das ist zweifelsohne Schoko. Ist das wahr, Kupo? Aber wie, doch nicht etwa. Ist die Legende also wahr, Kupo? In Wirklichkeit suche ich das legendäre Paradies, das irgendwo auf dieser Welt existieren soll, Kupo. Der Sage nach können nur auserwählte Schokobows sich weiterentwickeln und das Paradies gelangen. Und in das Paradies gelangen, Kupo. Und mit ihnen ihre Reiter. Dann sollten wir rausfinden, wie weit sich der Schoko entwickelt hat. Und dann in das Paradies, Kupo. Hm. Wo warst du eigentlich? Genau das, Kupo. Endlich habe ich sie gefunden, Kupo. Südwestlich von hier gibt es die Savatsch-Inselkette, Kupo. Dort gibt es die Insel Pamnel, in deren Lagune du von der Sandbank aus gelangen kannst. Die Karte wird dir Aufschluss geben. Es soll eine schöne Lagune sein, wo die Sonnenstrahlen auf dem Wasser glitzern. Angeblich soll dort auch eine Schoko-Karte vergraben sein. Und jetzt die Frage, wie viele Schatzkiste gibt es denn noch? Also, ich glaube, eins habe ich schon von denen. Die habe ich noch nicht weggemacht. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf? Soll es noch geben oder zehn? Ja, okay. Sechzig-Gil kann ich mit leben. Das habe ich in einem Kampf wieder. Ja, warte mal. Krä, krä, krä. Okay. Ach, loslegen mit Select. Na? Irgendwie scheine ich momentan ein Wurm drin zu haben. Oh, jetzt kann ich noch was drin hier. Ah ja, hier. Habs. Jetzt wieder was. Aus und vorbei. Echokraut. Gisakraut. Echokraut. War ja nicht gerade besonders großartig. Aber man kann nur weiter auf Schatzsuche gehen. Also, hier gibt es auf jeden Fall noch was zu holen. Ah ja. Ah ja. Der hat übrigens mehr Kraft als der davor, der Schokobuch. Die kann natürlich besser graben. Na, komm schon. Kann ja etwa hier sein. Nee, jetzt bin ich nichts mehr. Aus und vorbei. Augentropfen, Geserkraut, Geserkraut. Toll, drei Punkte. Nochmal gucken. Ansonsten muss ich die ganzen Schatzkisten, also eher gesagt die ganzen Schatzkarten mal ohne euch suchen. Oh, 50. Okay. Wie komme ich zu der Ära? Ah, hier ist was? Ich weiß, dass es hier ist. Alter. Krä, krä, krä. Oh. Hier ist was. Ganz in der Nähe. 50 gilt mal wieder. Also das Geld hätte ich schon wieder ran. Aber. Mehr als drei Schätze finde ich nicht. Sollte ich vielleicht zum anderen. Ach komm, ich. Schnabel Level 6. Strand der Muße und Flussufer war das. Ah, ja. Also habe ich beides schon entfernt gehabt. Also müssten hier noch mehr sein. Ich weiß das doch. Ziemlich schnell was gefunden. Oh. Hier ist was. Ne, doch nicht. Krä heißt ja nichts. Ah, das heißt aber, da ist was. Irgendwas in der Nähe. Oh, hier ist was Großes. Schoko-Karte gefunden. Das ist super. Oh, hier ist noch was Großes. Jadestein. Jadestein. Super. Ab vier gefundenen Schätzen gibt es einen Zeitbonus, Kupo. Dann erhält man doppelt so viele Punkte wie üblich. Ich schreibe dir nochmal zehn Sekunden. Gut, also streng dich an, Kupo. Hier ist noch was. Schnell! Mist! Mist! Da war noch was. Aber wir haben eine Schoko-Karte. Welche Schoko-Karte haben wir bekommen? Will ich ansehen. Fremdes Land. Aber da gibt es noch andere Karten hier. Ich denke mal, ich werde mich hier auf die ganzen Karten suchen. Das wird jetzt lange dauern. Aber einen Part kriegen wir damit voll, könnte man sagen. Alter. Boah, das ist eine ordentliche Tiefe. Schoko-Karte gefunden. Ach, weiter hier unten. So, sorry für die kleine Unterbrechung. Ich habe aber in der Zeit mal alle Tafeln, die ich hier sammeln konnte, gesammelt. Und wo zum Geier ist die Lagune, frage ich mich jetzt. Tja, gute Frage allerdings. Hm. Ich habe keinen blassen Dunst übrigens. Aber suchen wir doch mal nach den schönen Fleckchen. Oder sieht man es auf der Karte? Ach, okay. Haffn-Alexandrian. Alexandrian. Bösen-Palais. Der Schwarzmagier. Sidium-Mine. Der ja Platt- Ah, da. Um die Fals. Oh, Moment mal. Was ist das? Schoko-Bos Laguna. Alles klar. Dann müsste ich da hinkommen Wie? Ich denke mal hier durch Einfach zu Irgendwelchen Schokobroh-Spuren Fliegen oder so Ja, ich denke mal so wird's gemacht Mal gucken wir mal Da müsste es dann noch was geben Was mich zu einer anderen farbigen Schokobroh-Spuren Hier sind schon mal die Fußspuren Dann denke ich mal von hier aus muss ich reiten Aber erstmal noch ein Kampf Ach, was wäre das Spiel ohne Kämpfe Ja, jetzt werden wir erstmal ganz viele Schokobroh-Schatzsuche machen Also ich denke mal Bis ich... Ach du Scheiße, was ist das? Alex, mach's fertig Alter, das Ding ist nicht grad schwach Hä? 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 Ich bin da mal weg Äh, nee, tot Schnell, schnell, schnell Boah, war das knapp Das hat mich beinahe zerfleischt Dann hätte ich das Ganze nur mal von vorne machen können Wow Das Vieh War richtig heftig Es hat mit einer Attacke gleich zwei ausgelöscht Mit der anderen hat es dann den anderen ausgelöscht Und guckt mal Die waren voll, ne? Alucard hat über 3000 verloren Not bad Mr. Motherfucker So Dann heil du mal bitte So Hüble Schokobo Ach nee Mogu Mogri Keine Ahnung Moogle Und Check Nee, zelten will ich nicht So Tschüss Ähm Hier trainiere ich auf jeden Fall nicht Hier sind die Gegner mir noch zu stark Achso, ja, ich muss übers Wasser laufen Übers seichte Wasser Das hätte ich wahrscheinlich auch schon vorher machen können Aber es hätte dann länger gedauert Deswegen mit dem Flugschiff Habe ich euch schon gesagt Ach, doch da Okay Mit dem Flugschiff Wie schon gesagt Mache ich das Ganze dann halt Weil es mir dann machbar ist So Wollen wir mal Die Lagune suchen Müsste ja dann eigentlich Nee, noch weiter Hey Von der anderen Seite In der Lagune muss ich doch irgendwie hinkommen Ah, da ist ein Durchgang jetzt hier Gut Jetzt müsste ich Dahin kommen Ah, da ist es Die Lagune Hab's ja gefunden Hier drin Und hier müsste es auch noch ein paar Schätze geben Ja, was heißt hier Schätze Ja Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Bis zu sieben Schokobo-Tafeln Gibt's hier Mini, was machst du denn hier? Ich bin Schokos Partner Also gibt es für mich Nur einen Weg Kubo Auf Ins Paradies Aber dafür müssen wir hier Noch ein wenig graben Kubo Aber strengt euch an So wie ich das sehe Lässt es sich auf dem Meeresgrund Schwerer graben Als im Wald Kubo Aber wir können nur an seichten Stellen Graben Denn Schoko mag eigentlich kein Wasser Das ist aber schlecht Kubo Gut Nur halbe Zeit Aber auch halber Preis Kubo Was? Anoma Okay Voller Preis Und volle Zeit Gibt's erst Wenn ich Halt Dort Das Schoko Das halt Tiefer Also das Meereschoko Habe Na komm Wo bist du? Auch würdest du mich verarschen Ah ja Jetzt haue ich Oh Halleluja Das ist doch Bestimmt eine Tafel Was? Aus und vorbei Leck mich Das war nur Eine verfickte Potion Ich will nicht wissen Wie viel ich Graben muss Für Richtig Gute Sachen Das wird auch Nichts besonderes Sein Na komm Ah komm Komm schon Ich weiß Dass du hier bist Das schau ich doch nie Ach War auch Hey Nichts besonderes Aber ich kann bis jetzt Nur den Schatz Bergen Einen Ach ja Supi Jawoll Na komm 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 Aus und vorbei Naja Immerhin Drei Schätze Aber Wo Zum Geier Ist eine Schokotafel Da brauche ich ja schon Wahrscheinlich Den ganzen Tag Zum Graben Ach Vielleicht Wenn ich Sachen Ausgegraben habe Besondere Nein Nicht besondere Sondern irgendwann Kriege ich bestimmt Eine höhere Stufe Oh Zufall Vielleicht hier Ich hasse es Wenn ich irgendwie Hier Durch Die Gegend Hämmere Augen Troffen Na super Aus und vorbei Ich habe zu wenig Zeit Mir ist wirklich Gute Sachen Zu graben Aber Ist eh nicht So viel Platz Um jetzt Super Suche Zu starten Oder Keine Ahnung Wie tief Muss es sein Für eine Schokotafel Das war auf jeden Fall Was wertvolleres Keine Schokotafel Das Komm Da ist auch keiner Aus und vorbei Ja der Stein Oder ich Und grau Oh fuck Ja 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 Komm 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 Das suchen wir noch Oh ich könnte den Part Beenden Und alleine Einfach Wieder suchen Und danach Mache ich mich Mit euch Auf die Schatzsuche Das wäre doch mal ein Deal Dieses eine noch Ah Das war es schon So schnell kann ich nämlich nicht graben Wenn ich es finde Oder Naja Aus und vorbei Okay ich versuch's weiter Allein Der Part ist nämlich schon lang genug Und wir sehen uns Bis zum nächsten Mal Bye bye Euer Zwinita Holle so Bye 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 Vielen Dank.